Hallo und kommen zurück zu einer weiteren Folge ARC Storyline. Hinter mir produziert einer meiner beiden Gatchas ganz ganz fleißig, in diesem Fall Polymer. Denn Polymer und das kann der da auch, auch wenn es da gerade nicht im Titel steht, Kristall. Das sind die Sachen, die ich gerade ganz ganz besonders brauche. Denn wir bauen ja unsere Tech-Base. Und dieser Gatcha-Gavager, also diese Halbkugel, in der der hier steht, das ist ein Teil von S Plus aus der Mod Structure Plus. Die sorgt dafür, dass der Gatcha, der da drin steht, immer glücklich ist. Ihr seht, der hat ein ganz breites Grinse-Gesicht. Und das haben sie ja normalerweise nur, wenn sie als Pärchen zusammenstehen. Gut, das tun sie in diesem Fall tatsächlich. Die haben ja auch das Herzchen-Symbol, aber es müsste nicht so sein. Der ist immer glücklich. Man kann hier ganz ganz viel, nämlich 1000 Slots voll mit Futter, also in meinem Fall ist das Stein, reintun. Oder auch natürlich ein paar Eulengewölle dazu. Dann produziert der seine Kristalle. Und immer wenn er eins produziert, dann wird das aufgesammelt von... Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Meinem Item-Collector, dieses Teil hier, ebenfalls Structure Plus. Der sammelt die auf, speichert die hier drin, der sammelt auch die Archatina-Paste, die die Archatina so auspupst. Und natürlich auch Eier und sowas alles. Und wenn ich wollen würde, auch Mist. Hier sammle ich das dann immer ein. So, ich nehme mal ein paar von hier. Hier, ich glaube, organisches Polymer ist irgendwie immer oben und Kristall packt er immer weiter nach unten. Das ist der einzige Nachteil. Man sieht nicht, was drin ist. Es heißt zwar Gatcha-Kristall, das heißt aber nicht, dass da Kristall drin ist. Also in diesem Fall ist es zwar so. Aber die hier heißen ja auch nicht Gatcha-Polymer, sondern es ist einfach der Gatcha-Kristall. So, die packe ich dann aus. Ich stelle mich dann immer schon gleich hier drüben hin, weil in den Kühlschrank kommt das Polymer. Und in den Fabricator packe ich dann immer das Kristall rein. Wie ihr seht, hier kommen Kristall und Polymer raus. Ich bin schon überladen. Und ja, das packe ich dann hier rein. Dann produziere ich draußen in meinem Tech-Replicator. Da produziere ich dann immer die ganzen einzelnen Elemente für meine Tech-Base. Ihr habt beim letzten Mal gesehen, wie wir den Grundstein gelegt haben. Die Foundations jeweils an die Zugangsstellen, die Tore drauf gesetzt. Und dann haben wir mit so ein bisschen mit den Wänden angefangen. Die Wände habe ich jetzt weitestgehend fertig. Ich möchte jetzt die Wände alle oben mit Ceilings verbinden. Das heißt, wir brauchen also eine ganze Menge Ceilings. Die sind leider nicht so ganz billig. Ich kann das hier oben eingeben, was ich suche. Ich markiere das und das hier oben. Das ist auch wieder Structure Plus. Ich kann hier eingeben, wie viele ich herstellen will. Ich sage jetzt einfach mal 50. Das wird nicht reichen. Dann sage ich hier Pull. Dann sagt er, okay, er hat für 10 Teile gepullt. Ihm fehlt noch Metall und, was war es, Polymer. Genau. Dann kann ich das hier einschalten, wenn ich will. Und ihm sagen, stell schon mal her. Dann werden wir jetzt noch mal ein bisschen Polymer auspacken. Und ja, Metall ist, glaube ich, noch am Einkochen. Und wenn ich dann wieder ein paar hergestellt habe, dann werden wir einfach mal rüberfliegen. Und dann gucken wir uns mal an, wie weit ich da schon gekommen bin. So, ich glaube, ich muss als nächstes erst mal wieder eine Session Metall holen auf der Pflanzenfresserinsel machen. Das Ding hier ist ebenfalls Structure Plus, ist der Teleporter. Die gibt es auch im normalen Spiel, aber da ist der gigantisch groß. Nicht nur dieses kleine Teil hier. Ich habe mir nämlich einen anderen Teleporter, also hier unten an meinem Hafen ist einer, steht ja da Hafen. Hier oben des Kreuzes sind wir. Und hier Tech Base. Und da möchte ich jetzt hinreisen. Ich werde jetzt dann den Tapijara ganz nah dran gestellt. Dann kommt der nämlich mit. Den brauche ich nämlich dann, um nach oben zu fliegen. Hier ist der Teleporter jetzt in der Base beim sogenannten Stonehenge. Und wie ihr seht, haben wir die Wände. Na gut, da passt es halt nicht, weil da hatte ich keine Foundations unten drunter. Da müssen wir sozusagen von oben runter bauen. Kann ich euch kurz zeigen. Der Fußboden besteht hier zum größten Teil aus Klippenplattformen. Die habe ich halt einmal ringsherum gesetzt, möglichst auf einer Höhe. So ganz genau konnte man das nicht sagen. Die gehen hier so einmal ringsherum. Das sind fünf oder sechs Stück. In der Mitte, da konnte ich keine setzen, weil hier war keine Klippe, wo die angesnappt hätten. Nur ganz, ganz unten im Wasser. Da habe ich den Rest jetzt mit Ceilings zugemacht. So, jetzt habe ich nur behelfsmäßig mir hier mal so einen Tech-Generator hingestellt. Sonst funktioniert der Teleporter nicht. Und ein Bett, damit ich zur Not hier respawnen kann. Ich habe auch den Tech-Ketzel hier schon mal hingebracht. Und hier drüben seht ihr unsere Tore. Das ist also das ganz große Tor, Behemoth-Tor. Hier kommt ihr sozusagen in Richtung Meer nach draußen. Hier müssen wir natürlich auch nochmal irgendwie Rampen oder sowas bauen, damit man hier vernünftig reingehen kann. Und dann haben wir an allen anderen Zugängen kleine. Das hier gefällt mir natürlich richtig gut, denn dadurch, dass ja der Felsen oben drüber geht, ist das natürlich sehr schön abgeschlossen. Man kann dann hier unten immer rausgucken, ob da gerade ein Feind ist. Gut, es ist jetzt gerade ein bisschen hoch hier. Und wenn die Luft rein ist, können wir halt rausgehen. Ich habe die Steine soweit möglich hier unten alle weggekloppt, damit wir hier viel gerade Fläche haben. Hier kommt man zum Beispiel schon super gut raus. Hier habe ich allerdings um eine Foundation nochmal nach hinten versetzt. Es war eigentlich eine Foundation weiter in diese Richtung. Und dadurch gab es hier oben so einen ganz blöden Versprung. Also die Wand war halt irgendwie so ein bisschen außerhalb. Und jetzt ist sie genau zwischen den Felsen. Das sieht viel besser aus. Das ist zwar immer noch eine Lücke, aber wie gesagt, die müssen wir dann halt von oben nach unten schließen. Und zwar, indem wir da Ceilings draufbauen, so wie ich es dort drüben gemacht habe. So, jetzt haben wir hier drüben noch ein weiteres. Da seht ihr, da bin ich schon mit den Ceilings dabei. Hier haben wir auch ein Tor und ein Fenster. Da oben kommen jetzt die Ceilings. Und hier habe ich die Ceilings schon einmal rum. Und dann kann ich natürlich von oben an den Stellen, wo unten keine Foundation sind, wo ich also nicht von unten nach oben bauen konnte, von oben nach unten bauen, um das hier wirklich lückkennlos zu schließen. Das sieht einfach besser aus. Wir fliegen jetzt mal mit dem Tabejara nach oben. Da an diese Stelle. Und dann seht ihr, ich habe hier auch schon so eine Art kleine Plattform gebaut. So will ich das halt überall machen. Dann bauen wir halt, hier könnte man vielleicht nochmal eine Ceiling nach oben gehen. Dann würde ich dann hier die Ceilings da drüben weiterbauen und kleine Plattformen hinmachen, auf die wir dann immer irgendwelche kleinen Häuser oder sonst was stellen können. Hier kann man jetzt momentan eben rüberlaufen. und hier drüben wollte ich jetzt eben ein paar Rampen machen und dann weitere Ceilings da oben dran, damit man halt vernünftig rüberlaufen kann. Und zwar, ich überlege, wie machen wir das jetzt am besten? Jetzt ist halt die Frage, setze ich jetzt hier gleich die Rampen dran? Na, dann müsste ich aber eigentlich hier vorne noch weiterbauen. Dann kann ich halt hier hoch und dann würde man hier wieder Ceilings machen, damit man dann hier irgendwann rüber und hier wieder runter kann und dann baut man halt da weiter. Ich will sozusagen einen Rundum-Gehweg haben, damit ich halt wirklich überall vernünftig langlaufen kann. Dann würde man also, ja, wahrscheinlich hier nochmal eine Reihe Ceilings setzen. Also, damit ich halt auch vernünftig meine Rampe benutzen kann. Ich habe den Foundation Support ausgemacht, sonst müsste ich wahrscheinlich hier hinten irgendwo schon irgendwelche Säulen drunter setzen. Das will ich aber nicht. Es sieht einfach immer doof aus. Vor allem verbraucht es irrsinnig viel Material. So, wir machen das hier erstmal dicht, damit wir hier so einen geraden Abschluss haben und setzen dann da die Rampen davor. Die kann man ja auch wunderschön in Treppen umwandeln. Und da sehen wir, die sind nicht auf der gleichen Höhe, oder? Nee, die haben auf irgendwie einer anderen Seite gesnappt. Kurz denken, kurz denken, aber ich muss die hier wegnehmen, denn die snappen sozusagen falsch rum. Die können nicht anders, weil da gibt es hier unten drunter keine Wände und dahinter keine andere Ceiling. Das heißt, diese hier, die mehrere Snap-Punkte haben, müssen sich natürlich den anpassen, die nicht mehrere Snap-Punkte haben. Heißt das dann so, genau. Mit den drei Lichtern nach außen. Blau, die blaue Seite brauchen wir. Und jetzt sind sie nämlich alle auf der gleichen Höhe. Sehr schön. Gut, jetzt können wir ja hier wieder unsere Ceilings dran machen, äh, unsere Rampen dran machen. Ja, da kommen dann halt noch Geländer und sowas alles. Und das würde ich dann umwandeln in Stairs. Es gibt auch inzwischen, ohne dass man mit S-Plus baut, die Möglichkeit, ja Treppen zu machen. Aber ich will es lieber einheitlich. Und wenn ich erst mal mit S-Plus angefangen habe, will ich auch mit S-Plus weitermachen. Deswegen mache ich das hier eben mit S-Plus. So, und dann bauen wir eben hier einfach weiter an. Und so erschließe ich mir hier so langsam den Rundumweg. Hier passt es ja von der Höhe ziemlich gut. Hier müssen wir dann irgendwie wieder mit Treppen nach unten und dann da eben weiterbauen. Wie ihr seht, das ist alles sehr, sehr kostenintensiv. Wie gesagt, hier kommt dann noch ein Zaun hin. Mal sehen, vielleicht mal hier auch irgendwie auf der Breite die Ceilings noch weiter, damit hier irgendwie ein größeres Gebäude drauf passt. Was möchte ich hier haben? Also an sich möchte ich halt alle Tech-Geräte hier drin haben. Also den Tech-Generator, das Bett, den Teleporter, das haben wir ja schon. Den Tech-Futtertruck natürlich. Ich würde die Gacha-Gavager dann irgendwann hierher holen, damit die dann hier produzieren. Ich würde den Tech-Replicator hierher holen. Ich würde mir hier auch nochmal einen weiteren Tech-Transmitter hinstellen. Alles, was es eben so von Tech gibt, würde ich hier gerne machen. Ich möchte mir hier ein Lager bauen mit diesem Dedicated Tech-Storage. Das werden wir natürlich nicht alles heute machen. Ich hoffe, dass wir heute hier mit den Ceilings diesen Rundumweg machen. Erstmal noch ohne Gebäude, einfach nur, dass man hier einmal mehr oder weniger rundherum laufen kann. Und dann werde ich mal gucken, an welchen Stellen ich zum Beispiel hier oben nochmal ein paar Klippenplattformen oder sowas, wie die da unten anbaue. Die gibt es, glaube ich, nicht als Tech, aber die Metall- oder Glasvariante, in dem Fall ist es ja Glas, die finde ich, sieht schon ziemlich cool aus. Wenn ich hier oben erstmal rumlaufen kann und so ein paar Plattformen habe und dann von da überall die Wände runterbaue, dann sieht das Ganze schon wirklich ziemlich cool aus. Ich glaube, das wird ewig dauern. Ja, wie gesagt, ich will auf jeden Fall ein Lager haben für den Dedicated Storage. So eine kleine Werkhalle, wo eben der Replicator reinkommt. Und es ist echt schade, dass es keine Tech-Schmiede gibt, also einen Tech-Schmelzofen oder sowas. Dann will ich so eine Landeplattform für die Vögel haben, die eben mit Tech können. Da wäre dann auch noch ein Platz vielleicht für den Tech-Rock-Drake mit drin. Und dann, ja, die großen, die Rex und so, ich meine, die müssen ja nicht immer hier rumlaufen, die könnte man auch einfach einfrieren. Da würde man halt so einen Kryo-Station haben und Kryopods da drin. Ja, sowas halt alles. So sieht es hier, wie gesagt, momentan aus. Wenn da oben erstmal die Ceilings sind, dann kann ich von den Ceilings eben wieder runterbauen. Dann ist das Loch auch komplett zu. Genauso wie dieses Loch hier. Hier oben würde ich wahrscheinlich dann meine eigentliche Base hinbauen. Also mit einem Bett und sowas allem. Da kommt dann das Kryo-Bett rein. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass man hier irgendwie so eine Art Klippenplattform macht, weil hier kommt man so schlecht weiter mit den Ceilings. Aber man könnte dann hier auf eine Klippenplattform rüber und hier würde man dann halt wieder mit Ceilings andocken. Dann müsste man hier irgendwie hoch und rum. Ja, hier wird es halt auch schwierig. Aber hier geht es, glaube ich, ganz gut. Ceilings, hier eine Treppe oder eine Rampe hoch. Dann sind wir ja hier. Hier wieder Ceilings. Und hier wieder Ceilings. Also die drei kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut einbauen. Bei den beiden da drüben wird es halt schwierig, weil hier so viele große Felsen im Weg sind. Gut, ich teleportiere mich jetzt wieder zurück und werde dann erstmal eine ganze, 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 ganze Weile Metall farmen müssen. In der Zwischenzeit kann ja mein Tier da, mein Gacha noch ein bisschen mehr Polymer herstellen. Da sind wir schon wieder da. Wie gesagt, die Etape Jara nehme ich nur mit, weil ich halt damit ganz einfach bauen kann. Er kann ja überall hinfliegen. Kann ich auch seitlich fliegen, hoch und runter. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Okay, dann sehen wir uns weiter, wenn ich wieder einen Schwung Ceilings und Mauern und Rampen, habe und dann bauen wir oben den Kranz zu Ende. Okay, ich bin inzwischen so weit, dass ich überall, wo es sinnvoll ist, Ceilings hier oben drauf gemacht habe und die Bereiche am Eingang sozusagen ein bisschen ausgeweitet habe. Also hier zum Beispiel. Dann gehen jetzt hier die Ceilings runter. Hier gehen Treppen rauf. Zack. Dann hat man hier so ein bisschen Platz. Da können wir zum Beispiel Tech-Turrets oder sonst was hinstellen. Dann kommt man hier runter und hat hier so ein bisschen eine Plattform. Und dann kann man von hier hier runter. Also schon allein deswegen, weil das snappt hier natürlich nicht aneinander. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel verlangt. Dann hätte ich ja alle Tore und alles nochmal neu setzen müssen. Und damit man halt hier nicht irgendwie dann hier über die Ecke runterfällt oder hier über die Ecke runterfällt, habe ich es halt immer ein bisschen weiter gemacht. Dann kann man dann halt bis hier hinten lang und ja, hat halt einen sehr guten Ausblick. Ich würde hier überall nochmal ein paar Geländer dran machen. Und weiter geht's. Also das Ganze auch nochmal hier drüben bei dem großen Tor. Und ihr seht auch, dass ich jetzt unter diesen Ceilings überall da, wo es vorher nicht möglich war, nochmal Wände drunter gesetzt habe. Ich habe also an den Stellen, wo es ging, Ceilings dran gesetzt. Ah, hier könnte man nochmal, hier ist ein Loch unten drunter, könnte man nochmal hier in das Ceiling hinsetzen. Genau, und genau, hier unten drunter waren ja keine Wände, weil die Foundations nicht so weit gereicht sind oder gereicht haben. Sondern jetzt kann man hier rüber und betritt hier drüben eine Klippenplattform aus Glas. Ich weiß gar nicht, kann man hier auch das Glas ändern, aufheben? Ja, Change Transparency. Ich mache das mal ein bisschen dunkler. Update. Oh, nee, das ist zu doll. Nee, nee, nee. Achso, man muss es mit 0, irgendwas machen. Aha. Dann machen wir mal 0,15 oder so. Update. Sieht man da einen Unterschied? Nee, machen wir mal 0,2. Dann. Es ist jetzt ein bisschen dunkler, weil man hat so ein bisschen den Eindruck, man fällt hier irgendwie durch den Boden. Ja, es ist ein bisschen dunkler, ist es jetzt. So, wir haben jetzt also eine große Plattform hier, auf der wir natürlich was machen können. Hier unten drunter ist ja das nächste Tor. Und ich würde jetzt gerne da drüben auch nochmal eine Plattform hinsetzen. Dann würde ich sozusagen in diesem Bereich, ja, Bays und Lager und sonst irgendwie sowas machen. Äh. Das wäre natürlich toll, wenn die so weit hier rüber käme. Ja. Zack. Dass man hier rüber laufen kann. So, hier fällt man theoretisch rein. Aber hier kann man auch nochmal 1, 2 Ceilings hinmachen. Vielleicht welche aus Glas. Das fällt nicht ganz so sehr auf. Und dann hat man doch hier ziemlich groß und ziemlich viel Platz. Und letzten Endes kann man überlegen, ob man dann vielleicht doch nochmal anbaut und sich die Möglichkeit macht, schafft, dass man vielleicht von da drüben auch nochmal mit Rampen runterkommt. Komme ich da ran? Bitte, bitte. Ja, danke. Okay. Drei. Ja. Und nochmal drei. Na, da ist es doch. Gibt mir den Punkt. So. Genau. Die machen wir dann wieder zu Stairs. Und damit das nicht so schmal ist, setzen wir vielleicht hier drüben auch nochmal welche dran. Na, so. Und dann haben wir uns hier nämlich wirklich eine schöne große Fläche erschlossen. mit der wir dann wirklich richtig gut arbeiten können. Na, so habe ich das jetzt immer gemacht. Also von den Dingern da irgendwo Rampen und Treppen runtergemacht und dann dafür gesorgt, dass hier unten halt möglichst Platz ist, wo man denn dann ankommt. Damit man halt nicht irgendwo in den Boden versinkt. So. Das reicht ja eigentlich. Das kann man hier natürlich nochmal zumachen. Das passt dann auch hier von der Breite. Sehr schön. Ja, genau. Hier geht es dann lang. Da würde ich ehrlich gesagt auch gerne nochmal. Kann ich die Ceiling auch da drüben in die Wand reinsetzen? Manchmal geht das ja. Da sieht man dann, dann verschwindet es dann auf einmal. Kann man das vielleicht mit K sehen? Ne. Ja, noch ein Stück vor. Hinhocken. Hinlegen. Ein Stück vor. Gebt mir doch diesen Punkt. Verdammt. Egal. Dann eben nicht. Na, ich wollte halt diesen Spalt hier drüben wollte ich zuhaben. Und wenn hier auch nochmal eine Rampe hochgegangen wäre, hätte mir das sehr gut gefallen. Aber dann eben nicht. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir das hier alles erschlossen. Wie gesagt, hier drüben mache ich nochmal irgendwie eine Glas-Cealing hin. Und dann fällt man hier auch nicht in das Loch. Und da oben kommt dann die eigentliche Base drauf. Da werde ich jetzt nochmal ein paar Foundations herstellen. Hier brauchen wir, glaube ich, keine Rampe. Wir können natürlich überlegen, ob wir hier auch nochmal ein paar Ceilings hin machen. Damit hier der Übergang nicht so, ja, nicht so klein ist. So, so und so. Na, jetzt hat man hier einen vernünftigen Übergang. Schön breit. Kann man nicht wirklich runterfallen. So gefällt mir das. Und ja, da werde ich halt nochmal zurückfliegen. Und dann holen wir nochmal ein paar Foundations. Und dann können wir da oben schon mal zumindest die Grundmauern auslegen. Wir kommen jetzt also fast einmal rum. Wir kommen jetzt nur nicht von da unten nach da oben. Da müsste man halt entweder hier innen rum, was sinnvoller wäre, oder außen rum. Aber ja, wie gesagt, innen rum wäre vielleicht sinnvoller. Wir haben ja noch ein paar Ceilings. Ich renne mal schnell da rüber. Und gucken wir mal, ob wir hier vielleicht auch nochmal irgendwie so eine Art Übergang bis zu diesem kleinen Plateau da schaffen können. Und dann wieder rum zu dem anderen oder so. Das fände ich eigentlich ganz cool. Müssen wir wahrscheinlich noch eins breiter machen. Reicht das jetzt hier? Ja, das würde reichen von der Schräge. Okay, dann müssen wir hier nochmal eine Reihe Ceilings hin machen. Und dann brauche ich auch noch ein paar Rampen. Und ja, so erschließen wir uns hier das allmählich. Dann können wir da runter. Und dann müssen wir gucken, dass wir von da unten, von diesem kleinen Plattform, zu der anderen Seite wieder rumkommen. Dann könnten wir nämlich einmal ringsrum laufen. Finde ich irgendwie nett. So, außerdem zeige ich euch gleich nochmal. Bin ich auch noch nicht ganz fertig. Machen wir aber auch noch fertig. Habe ich jetzt, wie man sieht hier drüben, die Seiten so weit verkleidet, bis sie eben im Stein verschwinden. Habe ich jetzt noch nicht überall gemacht, aber an so ein paar Stellen habe ich das schon. Und ihr seht, hier gehen die Wände runter, bis sie da unten im Stein verschwinden. Weil ich nicht wollte, dass so die Ceilings so flach oben rausgucken. Hier zum Beispiel habe ich es noch nicht gemacht. Zumindest nicht außen, aber innen habe ich das hier schon gemacht. Da sieht das so aus. Hier sieht das so aus. Sie gehen die Wände überall runter, bis sie eben im Stein verschwinden. Das habe ich hier an der Stelle auch gemacht. Das müsste man jetzt, ja, also man muss natürlich überhaupt nicht, aber das könnte man jetzt auch nochmal hier draußen machen. Wir haben ja noch einige wenige Wände. Huch, was war das denn für ein Absatz? Das habe ich die dann immer hier so gesetzt. Also es geht einigermaßen mit dem Tapajara. Das Dumme ist, bei allen anderen Fliegern, den kann man ja sagen, wenn man auf X drückt, dass er stehen bleiben soll. Das geht beim Tapajara nicht. Da fliegt er nämlich nach oben oder nach unten, weiß ich jetzt nicht so genau. Das ist der einzige Nachteil. Dafür kann ich aber vorwärts, rückwärts, hoch, runter, links und rechts fliegen. Ja, dann würde ich das hier auch nochmal runter bauen. Vor allem hier an der Stelle. Und ja, dann erschließen wir uns diese kleine Plattform hier und dann müssen wir mal zusehen, dass wir dann irgendwie hier drüben wieder anschließen. Oder man könnte ja gucken, ob man, genau, von hier vielleicht nochmal. Okay, wir haben noch ein paar Ceilings. Dann setze ich die auch nochmal schnell. Zack. Dass man dann von hier, hier runter kommt. Oder rüber zumindestens. So. Genau. Dann würde man dann hier rüber, da auf den Stein und dann von der anderen Seite wieder runter kommen. Ja, das ist doch ein Plan. Okay, mein Rundweg ist beendet. Ich habe es jetzt so gemacht. Also, das hatten wir ja hier drüben schon gesehen. Mit der Plattform hier. Dann kam man hier runter. Und ich habe jetzt doch nicht hier auf diesen kleinen Absatz, sondern ich bin jetzt von hier drüben rüber gekommen und habe dann hier direkt runter gebaut, bis sich das hier wieder trifft. Das heißt, wir können jetzt wirklich hier einmal die Runde machen. Hier rum, hier wieder runter. Dann kommen wir hier auf die beiden Klippen-Plattformen. Und jetzt haben wir hier so einen Aufstieg, um einmal hier auf die Plattform zu kommen. Hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, kommt das Lager hin und einmal einen Aufgang hier oben hin, wo ich dann mein Häuschen hinbauen würde. Das hier, das ist eine Tech-Brücke. Die kann man an- und ausmachen. Das Ding hier in der Mitte, dieses blau-lila glänzende Teil, das kann man ausmachen und dann kommt hier nämlich keiner mehr rüber. Und ansonsten kann man hier halt rüberlaufen. Wir sind jetzt zwei nebeneinander, die, die nicht von S-Plus sind, die sind wie eine Foundation. Die, die von S-Plus sind, die sind wie eine Ceiling. Ich bin ein bisschen überrascht. Deswegen sitzen die hier so schräg. Die snappen nicht. Die hat nirgendwo dran gesnappt. Zumindest nicht an die Foundation. Ich glaube an das Ceiling auch nicht, weil das hier sind Ceiling. Da hat es, glaube ich, auch nicht dran gesnappt. Die snappen nur aneinander. Und ich kann da jetzt hingehen und sagen, deaktivieren. Und dann ist sie weg. Und dann sage ich wieder aktivieren, dann ist sie wieder da. Das heißt, wenn hier Feinde rüberrennen, um mir irgendwas anzutun. Und ich bin vor ihnen da. Zack, deaktivieren. Haha. Und dann fallen sie alle runter. Hier würde ich zum Beispiel irgendwie sowas wie ein Tech-Turret-Türmchen hinsetzen. Hat man eigentlich einen ganz guten Überblick. Ja, ich würde sagen, so weit, so gut. Was jetzt noch fehlt, ist die eigentliche Base. Jetzt haben wir sozusagen erst mal die Struktur geschaffen. Sieht ziemlich wild aus, ziemlich wüst. Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Das hat so was sehr Modernes eigentlich dadurch, dass das hier ja so viele verschiedene Winkel hat und Treppchen und halb hoch und ganz hoch und naja. Also wie gesagt, hier oben kommt dann ja die Wohnung, sage ich jetzt mal hin. Da kann man dann ein bisschen dekorieren, dass man vielleicht noch mal ein paar Skins von verschiedenen Tech-Tieren nimmt, die man da reinstellt oder ein paar Artefakte ausstellt oder irgendwie so. Hier unten drunter, da würde ich dann vielleicht den Storage machen mit diesem Dedicated Storage oder so. Hier könnte ich mir vorstellen oder meinetwegen auch hier, dass man dann den Replicator hinstellt und weiß gar nicht, was es sonst noch so gibt. Die Gacha-Plattformen, mal sehen, vielleicht machen wir irgendwo hier unten drunter nochmal hier zum Beispiel irgendwie nochmal eine Plattform hin, dann kommen die dann hier hin oder sowas. Und ja, die Rexe und die Stegos würde ich wahrscheinlich hier unten stehen lassen für die beiden Flieger hier und den Rockdrake. Wenn wir den mal mit Tech-Sattel haben sollten, würde ich oben beim Haus eine Art Landeplattform machen. Raptor und Para könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch irgendwo eine Etage höher vielleicht hier irgendwie nochmal eine Plattform kriegen, wo die dann stehen. Die sind ja nicht so wahnsinnig groß. Aber ich würde doch sagen, dass wir, das hat jetzt natürlich ziemlich lange gedauert, schon das Setzen und das Farmen erst recht, dass wir an der Stelle fürs Erste wieder zu Ende sind. Und ja, ihr könnt mir natürlich wie immer sehr gerne ein Like da lassen. Ihr habt jetzt vom eigentlichen Bauen gar nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber ja, es ist halt im Prinzip, ist es ja immer dasselbe. Man setzt halt eine Foundation an die andere. Interessant ist ja, glaube ich, wie sieht es vorher aus? Was ist die Idee? Ich mache mir ja nie Pläne oder sowas dafür, sondern ich fange halt an zu bauen und dann baue ich halt immer weiter und überlege mir, während ich baue, wie ich es denn mache. Ja, deswegen ist das hier, mache ich nie so richtige Baufolgen oder irgendwie im Speed-Modus, weil ich habe halt keinen Plan. Das ergibt sich halt alles, während ich das mache. Und wir gucken uns jetzt nochmal ein Explorer-Note an. Ich muss mal sehen, was wir hier überhaupt noch haben. Ich glaube, mit der Helena hier, nee, mit der Helena of Extinction sind wir durch und mit der Helena hier aber, glaube ich, noch nicht. So, laut meinen Aufzeichnungen müssten wir eigentlich hier bei der Helena bei Nummer 20 sein. Ja, alles andere von 1 bis 19 haben wir schon gelesen und das hier habe ich tatsächlich auch wirklich noch nie gesehen. Das ist der entscheidende Beweis. Es muss so sein. Ich kann einfach nicht mehr glauben, dass dieser Ort natürlich ist, nachdem ich eine Insel gefunden habe, die nur von Fleischfressern bevölkert ist. Ah, sie war auf Karno-Eiland. Selbst wenn sie sich gegenseitig auffressen, was extrem zweifelhaft ist, wenn man bedenkt, wie häufig das Fleisch von Fleischfressern mit schädlichen Parasiten befallen ist, die Insel ist so klein und ihre Bevölkerung so dicht, dass sie niemals aufrechtzuerhalten wäre. Doch da ist sie. Weit ab von der nordöstlichen Küste. Jemand muss sie dort absichtlich platziert haben. Rockwell kann meine Theorie nun unmöglich bestreiten. Ja, okay, sie war auf Karno-Eiland, vielleicht findet sie ja auch nochmal die andere Insel, also die Vegetarierinsel. Und ich würde an dieser Stelle Schluss machen. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann. Ciao, ciao.